Tipps und Tricks aus meinem Outdoor-Adventskalender. Heute soll es um den Regen gehen. Regen, schön, aber auch gefährlich. Viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Video ist ein bisschen ein Erweiterungsvideo zu meinem Zwiebelprinzip-Video, das vor kurzem mir erschienen ist. Denn Regen in seinen verschiedenen Stärken ist nochmal ein besonders diskutables Thema, worüber wir, wenn wir Outdoor unterwegs sind und viel Outdoor unterwegs sind, besonders Bescheid wissen müssen. Das heißt, wir sprechen jetzt darüber, warum ist Regen eigentlich gefährlich für uns auf Tour? Was ist eigentlich eine Wassersäule und was für verschiedene Arten gibt es, um mich vor dem Regen zu schützen? Die Theorie, warum Regen eigentlich gefährlich für uns ist, ist relativ einfach. Es gibt verschiedene Wärmeleitfähigkeiten von Stoffen. Das heißt, zum Beispiel Metall ist sehr Wärmeleitfähig. Ja, Wasser nimmt auch gut Wärme ab und transportiert das ab, Wind zu einem gewissen Teil auch. Das heißt, wir wollen uns natürlich davor schützen, dass unsere Wärme aus dem Körper aufgenommen und abtransportiert wird. Und das ist das, was der Regen im Endeffekt mit uns macht. Das heißt, sobald der Regen auf uns trifft und nicht abgehalten wird, durchdringt er, kommt auf unsere Haut rauf und verdunstet dann im schlimmsten Fall wieder mit Wärme. Natürlich ist das im Sommer genau das, was wir haben wollen. Jetzt aber zum Beispiel bei gerade mal 5 Grad plus ist das absolut nicht das, was wir haben wollen. Zu diesem Zweck ziehen wir uns dann verschiedene Arten von Kleidungsstücken an, die uns eben vor diesem Wasser schützen sollen und diesem Effekt des Auskühlens. Dafür wurde eine Norm geschaffen, die sehr unterschiedlich ist. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Deren Grund oder deren Möglichkeit es ist, uns anzuzeigen bei Kleidungsstücken, wie zum Beispiel einer Regenjacke, wie wasserempfindlich das ganze Kleidungsstück überhaupt ist. Was die meisten Menschen nämlich gar nicht wissen, die Wassersäule gibt gar nicht an, wie viel Wasser abgehalten wird von der Regenjacke zum Beispiel, sondern sie gibt nur an, mit welchem Druck hält die Jacke ein Wasser aus. Das heißt, die Wassersäule gibt an, wie doll auf die Jacke gepresst worden ist mit ein bisschen Wasser dazwischen, bis dann drei Tropfen Wasser ungefähr durchgekommen sind zum Körper des Menschen. Und jetzt kommt noch ein ganz anderes Problem. Diese Art des Messens ist nicht exakt normiert. Das heißt, jeder Autohersteller macht das auch ein bisschen anders. Das heißt, eigentlich ist die Wassersäule völlig unnütz, wenn es darum geht, zum Beispiel Jacken untereinander zu vergleichen. Ich kann mit der Wassersäule von Jack Wolfskin nicht die Wassersäule von einem Decathlon zum Beispiel vergleichen, weil da unterschiedliche Messverfahren, die auch nicht offengelegt werden in den meisten Fällen, benutzt worden sind. Wofür es aber sehr wohl nützlich ist, ist, um die Jacken eines Herstellers untereinander zu vergleichen, denn dort ist ja immer dasselbe Verfahren benutzt worden. Es gibt noch zwei wichtige Normen. Es gibt einmal die europäische Norm, die bei ungefähr einer Wassersäule von 1200 Millimeter sagt, dass eine Jacke wasserdicht ist. Da muss auch ungefähr nach denselben Kriterien geprüft worden sein oder nach der eidgenössischen Prüfung, die sagt, dass ab 4000 Millimeter eine Jacke als wasserdicht beworben werden darf. Das heißt, ihr merkt, in Deutschland darf ab knapp 1200 Millimeter Wassersäule, in manchen Fällen auch bei 800, das ist ein bisschen schwammig geregelt, eine Jacke schon als wasserdicht beworben werden. Aber sie ist dann nicht wirklich wasserdicht in dem Sinne, den wir sie benutzen. Was beeinflusst jetzt diesen Druck, der vom Wasser auf unsere Jacke ausgelöst wird? Zum Beispiel, dass wir uns selbst die ganze Zeit bewegen und den Stoff aneinander reiben, dass mit besonders viel Wind das Wasser an unsere Jacke geschleudert wird oder, und das ist mit das Wichtigste, dass im ganzen Rucksackbereich die ganze Zeit der Rucksack Druck ausübt, auf die Jacke. Ich kann euch hier und jetzt sagen, dass normalerweise eine Jacke, die ungefähr 4000-5000 Millimeter Wassersäule hat, wenn ihr damit normal 1-2 Stunden spazieren geht, werdet ihr damit nicht nass werden, im Normalfall auch nicht beim Fahrradfahren. Wobei allerdings auch von vielen Stellen empfohlen wird, bei einer 10.000 Millimeter Wassersäule, das ist dann schon eine ordentliche Wassersäule ohne Gepäck, die man trägt, dass dort Fahrradfahren und längeres Wandern durchaus angenehm sind und man nicht nass wird. Ich kann euch im Endeffekt nur empfehlen, euch ein bisschen selbst damit zu beschäftigen, mit den Wassersäulen und für euch zu gucken, was denn so ungefähr wasserdicht ist, für euer Empfinden zumindest, welche Wassersäule ihr für euer Hobby braucht. Sobald ihr allerdings sehr lange Wandertouren machen wollt, mit Gepäck, also einen richtigen Rucksack drauf habt und mehrere Stunden vielleicht durch Wasser lauft und ihr wollt eine Jacke anhaben, dann braucht ihr mehr als 10.000, normalerweise. Das heißt, 6 Stunden durch Regen durchlaufen, mit dem Rucksack hinten drauf, mindestens 10.000, wahrscheinlich mehr. 30.000 ist da keine abwegige Zahl. Kommen wir also zur Praxis und welche Kleidungsstücke gibt es denn? Und ich muss mich immer wieder im letzten Teil schon beherrschen, nicht bereits Empfehlungen zu geben, weil ich bin ein begeisterter Poncho-Nutzer. Eine Regenjacke hat durchaus ihren Vorteil, so wie heute, wenn man nicht so viel wandern geht mit dem Rucksack, also meistens die meist rumsteht, ein bisschen redet, dann ist es durchaus mit 2000 mm ist die jetzt absolut ausreichend, weil ich übe ja fast keinen Druck auf das Wasser an der Jacke aus. Das heißt, selbst wenn hier mehr Wasser und mehr Wasser drauf fällt, ich habe ja keinen Rucksack an oder mache nicht die ganze Zeit so beim Wandern oder hier an den Reibestellen. Das heißt, da reicht das. Wenn ich dann aber wandern gehe, dann nehme ich am liebsten ein Poncho und da wird schon relativ in der Struktur klar, warum mit einer geringeren Wassersäule der Poncho eine bessere Idee ist. Der Poncho wird komplett einmal oben drüber geworfen und liegt dann da sozusagen. Er hat fast keine Reibestellen. Er hat ja nirgendwo Druckstellen, wo er aneinander reibt im Material, weil er hat ja auch keine Ärmel oder sonst irgendwas. Außerdem ist der Rucksack unter den Poncho. Das heißt, er reibt auch oben das Wasser, was uns hinten in den Rücken reinläuft sozusagen, nicht einfach durch den Poncho durch auf unseren Körper. Es steht euch aber natürlich frei, trotzdem zum Wandern eine Regenjacke zu benutzen, wenn ihr es möchtet, aber dann tut mir den Gefallen und achtet auf eine vernünftig hohe Wassersäule, wenn ihr mit einem Rucksack wandern geht. Wie gesagt, wenn ihr einfach nur entspannt so eine kleine Runde geht, zwei Stunden ohne Rucksack oder vielleicht nur einen ganz, ganz leichten Rucksack, der nicht so viel Druck ausübt, weil er weniger Gewicht hat, dann reicht diese Art von leichter und günstiger Regenjacke auch absolut aus. Noch dazu empfehlenswert sind Gamaschen. Die packt man sich unter die Schuhe und die gehen im besten Fall bis zu den Knien hoch. Die brauchen nicht ganz so eine hohe Wassersäule, weil sie ebenfalls von relativ wenig Reibung ausgesetzt sind. Das heißt, bis 5.000 bis 10.000 reicht normalerweise, wenn ihr damit länger wandern geht und sie halten halt den ganzen unteren Bereich relativ trocken, je nachdem, ob eure Wanderschuhe überhaupt schon trocken sind, also wasserabweisend oder nicht. Das kommt dann ganz darauf an, wenn ihr dann durch Pfützen geht und so weiter, dann spritzt auf jeden Fall das Wasser nicht hoch an eure Knöchel und noch weiter hoch. Also sozusagen von oben kann dann auch nichts mehr reinlaufen, weil das dann hier abschließend ist, über dem Knie. Und dann kann da kein Wasser euch behindern. Wenn ihr das Ganze mit einem Poncho benutzt, zusammen, dann ist das sowieso sehr gut, weil ein Poncho geht normalerweise oben luftig liegend bis ungefähr zur Höhe des Knies. Die Gamaschen gehen dann von unten bis zur Höhe des Knies und alles ist gut. Ebenfalls wurde letztens an mich herangetragen, es gibt sowas wie Wanderröcke. Sowas habe ich noch gar keine Erfahrung, aber wenn ich damit mal Erfahrung gesammelt habe, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, dann werde ich euch mal davon was erzählen. Ja, das waren meine Tipps zum Umgang mit Regen als Erweiterung meines Videos das Zwiebelprinzip. Wenn du weitere Anregungen hast, zum Beispiel wie man Wassersäule auszulegen hat oder welche Kleidungsstücke man auch benutzen kann, um sich gegen Regen zu schützen, schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Davon können wir alle nur profitieren. Hier links unten findest du den kleinen Button zum Abonnieren, denn es kommen noch weitere Videos im Outdoor-Adventskalender Tipps und Tricks. Einfach mal weiter schauen, was da noch kommt. Hier links und rechts oben findest du weitere Video-Vorschläge für dich, eben zu Outdoor-Tipps und Tricks im Adventskalender. Ansonsten sage ich Tschüss, Tschüss, bis zu den nächsten Videos.